Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Heute geht es um ein sehr heikles Thema. Haben Sie Jesus Christus in den letzten Jahren vielleicht einmal ein Versprechen gegeben? Denken Sie mal darüber nach. Halten Sie sich noch an dieses Versprechen? Haben Sie es erfüllt oder ist es mit der Zeit unwichtig geworden oder vielleicht sogar in Vergessenheit geraten? Sind unsere Versprechen an Gott mittlerweile in Schall und Rauch aufgegangen? Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Im Buch der Prediger finden wir einen Vers, der zu diesem Thema nicht um den heißen Brei redet. In Prediger 5, Vers 3 heißt es, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Oder moderner ausgedrückt, wenn du Gott ein Versprechen, ein Gelübde abgelegt hast, dann erfülle es ohne Verzug. Leichtfertige Leute gefallen Gott nicht. Halte, was du versprichst. Versprechen, die keinen bleibenden Wert haben, sind einfach nur Schall und Rauch. Oberflächlich, nutzlos, ja sogar bedeutungslos. Wir Menschen neigen dazu, in extremen Situationen oder auch in emotionalen Lagen, Gott auf einmal Dinge zu versprechen. Jesus, wenn du mich jetzt rettest, dann tue ich dies oder das oder lasse ich dies oder jenes. In der Kirchengeschichte ist Dr. Martin Luther ja so ein klassisches Beispiel für so ein Verhalten. Bis heute wird die Legende über ihn erzählt, dass er versprach, Mönch zu werden, wenn Gott ihm vor diesem Unwetter und dem drohenden Blitzeinschlag bewahren würde. Das Ende vom Lied, das Unwetter ging vorbei, er wurde nicht vom Blitz getroffen und er wurde Mönch. Versprechen erfüllt. Wenn wir Gott etwas versprechen, dann sollen wir nie zögern, diese Versprechen auch einzulösen. Es gefällt Gott nicht, wenn wir gerade in emotional aufgeheizten Momenten Gott etwas versprechen und es am nächsten Tag schon nicht mehr halten. Reden wir also Tacheles. Ich frage Sie heute ganz unverblümt. Erinnern Sie sich noch an die Versprechen, die Sie Jesus gegeben haben? Halten Sie sich daran? Diesen Fragen müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld und bis dahin. Ja klar, seien Sie ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute, Ihr Johannes Vogel. Und dann, dass wir uns schon wieder nach vorne fallen. Wir kommen jetzt zum nächsten Mal mit Tacheles. Vielen Dank.